Bei den St. Pauliandons Brücken Nummer 3 Das ist die Adresse Hamburgs schönste Brauerei Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Kurze Frage und ganz schnell mal nachgedacht Was ist die beste Adresse, die Hamburg zu bieten hat? Das ist die Elbchaussee, wahrlich unter Droh Die richtige Antwort lautet aber so Bei den St. Pauliandons Brücken Nummer 3 Und das ist die Adresse Hamburgs schönste Brauerei Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Der Pegelturm der Zeit, den Stand der Tiere an Nach Flutkorn Erbe, worauf man sich verlassen kann In unseren Gläsern herrscht Erbe die meiste Zeit Was ein Wunder, dass unser Pegel steigt Bei den St. Pauliandons Brücken Nummer 3 Das ist die Adresse Hamburgs schönste Brauerei Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Ein Freund der Gastlichkeit, der hatte die Idee Ein Hamburger Brauhaus im Hafen, wir ziehen riesig mehr Unser Durst macht dieses Haus bald weltbekannt Drum stoßen an hier an den Hafenkamm Bei den St. Pauliandons Brücken Nummer 3 Das ist die Adresse Hamburgs schönste Brauerei Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen Die Kupferkesseln sind so herrlich anzuschauen